Hey Leute, ja, auf einige Anfragen habe ich jetzt mich entschlossen, nochmal neu mit Worldcraft anzufangen und ja. Ich gebe erstmal ein, baden, überleben, ja. Und landen. Ja, ich habe schon mal einen Part gemacht und ja, nachdem danach mal das komplette Spiel bei mir geleckt habe, ich es deinstalliert habe, habe ich mich jetzt entschlossen, ich fange neu an. Habe ich auch unter dem alten in die Kommentare geschrieben. Und ja. Gut, das macht schnell landen. Ähm, wir spielen halt wieder Worldcraft. Die, die bei mir das am Anfang zugeschaut hatten, wissen was es ist. Ich habe aber eine neue Version drin, also... Wundert euch nicht, dass das ein bisschen anders ist. Ich vermute mal, dass das anders ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Da, 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 da. Ich würde mich echt mega freuen, wenn ich wieder solche Kommentare bekomme, wie... Halt letztes, beim letzten Worldcraft Video. Und ja. Was soll ich noch sagen? Ich werde auch, das sage ich euch jetzt, ich mache für die Leute von euch, die Worldcraft haben, ähm... Ich werde einen Server erstellen, auf den ihr alle drauf kommen könnt. Und der ist halt nur für meine Zuschauer. Ich zahle dann euch halt das Passwort, damit nicht irgendwer Fremds reinkommt. Und ja. Ich habe Glück, ich bin nach einer Höhle gespawnt, dann habe ich schon direkt einen guten Hinterstand. Ja, und hey. Nicht bangen, nicht bangen, nicht bangen. Jo. Greif mich nicht an, Spinny. Ich bin hier, bitte, greif mich nicht an. Ich habe nicht gerade das beste Textur-Pack, müsste man nicht sagen. Ein Stück und Steinspitzhacke, Steinschwert. Direkt mal ausrüsten. Ich werde jetzt mal Kohle fahren. Falls ihr euch fragt, ich werde heute nicht gerade so viel reden. Ich glaube, beim letzten Video hat ich mehr gesprochen. Aber wir eine Dreiviertel-Minute vor Mitternacht gerade haben wir, also ich nehme nachts auf. Und ja. Ich wurde gefragt, ob ich Snapchat habe von einem Schreiber. Ich weiß gerade nicht, wer das war. Und Und ja, ich habe Snapchat. Ich bin mir aber gerade nicht, ich bin ein bisschen verhässlich. Ich bin mir nicht sicher, wie ich gerade nicht so sicher, wie ich dabei heiße. Ich werde es unten in die Kommentare, äh, in die Kommentare, sage ich schon, einen Link schreiben. Und ja. Können mir ruhig folgen. Ich habe auch Instagram. Da könnt ihr mir auch folgen, wenn ihr wollt. Nur ich poste halt momentan noch nicht so viel da drauf. Ich habe neu angefangen. YouTube bin ich auch noch nicht so beliebt. Also. Wobei ich mache, ich sage wirklich, YouTube muss Spaß machen. Das ist meine Meinung dazu. Ich habe damit nicht angemacht, wegen, äh, angemacht vor allem. Angefangen, weil ich, yo, Abos, yeah. Gebt mir Abos, sonst hasse ich euch und sowas. Nee, ich, ich mache das einfach aus Spaß. Ich habe Spaß am Spielen und ich teile meinen Spaß gern mit der Welt. Nicht, dass es irgendwann mal jemand von euch schreibt. du, 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 du. Es gibt ja auch einige Schwäsche, die machen das nur, weil die bei Abonnenten Geld bekommen. Ich habe eigentlich nicht gerade so Bock auf das Geld, also. ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, ja, ich versuche mir jetzt hier einen schönen Unterstand zu bauen. Da kann ich direkt irgendwann eine Kobbelfarmzone machen. Oder wenn ich halt irgendwann mal genug Ressourcen haben, vielleicht hier das nur mit Stein oder so ausfüllen. oder mit Holz halt. Und dann einfach mal, ups, falsch gebaut. dann einfach mal eine Treppe hochzubauen will er halt. Dass ich mich notfalls auch an Stellen vergriechen kann. Ich weiß, ah, hier ist sicher. Der Salz ist jetzt blöd, ich würde nämlich gerne einen Ofen machen. Ich weiß nicht, ob unter euch auch welche sind, die wissen, wie das als YouTuber ist. Also einer hat mir halt geschrieben, hey, ist YouTuber. Schreibt mir mal in die Kommentare unten, wenn ihr auch YouTuber seid. Würde mich einfach nur dafür interessieren, wie viele YouTuber mir zuschauen. Ich versuche mal heute noch was länger eine Folge zu bringen, vor allem, weil es die erste ist. Und nachher mich möchte ich auch mal mit euch anfangen, meinen Community-Server zu bauen. Ich weiß nicht, wie man das einstellt, dass auch die anderen bauen dürfen, ohne dass sie gleich die komplette Welt für Singleplayer speichern müssen. ähm, ja. Ich fülle es jetzt in Holz. Ich hab nix gemacht. Also ich werde euch gleich noch den Community-Server zeigen, der ist momentan leer. Ich versuche aber sehr viel da einzubauen. oder ich würde mal sagen, wir haben zehn Minuten schon. Also dieses ist unser neues Zuhause. Ich würde mal sagen, zurück zum Titelbildschirm. Und ja, ich hatte mit meinem Server schon mal angefangen. Keine Ahnung. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das schon mal gebaut hatte. Aber. Ja. Hallo? Gut, legt nicht. Ich mach grad mit Ultraheben. Aber. Ja. Die möchte ich irgendwann noch online stellen. Was ist das jetzt? Was ist das denn jetzt? Ich hab schon geborgen. Ich hab schon geborgen. Ich hab schon geborgen. Ehm? Hallo? Was ist das denn jetzt? Ich hab schon geborgen. Ich hab schon geborgen. ja ich hab schon ein bisschen was und wir sind ja nicht gerade ein hübsches haus schweiß da könnte man ja so dekorieren ja also das ist mein community server ein haus ihr könnt mir gerne was was ich hier hin bauen kann ruhig hinschreiben jedenfalls schreibt sie mir in die kommentare und wenn ihr keine folge verpassen möchtet oder kein video von mir verpassen möchtet dann gebt mir bitte ein abo aber ihr müsst es machen und ich würde mich über einen fetten daumen nach oben freuen ab vielleicht so vier oder fünf likes kommt die nächste folge worldcraft okay ich verspreche es euch ciao 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 ciao